hallo meine lieben herzlich willkommen auf meinem kanal so heute sind wir bei der platte olivgrün und hier habe ich mich ein bisschen ausprobieren die habe also eine eine präge walze genommen um hier ein muster rein zu walzen das ist ein kalk also marmorkalk putz mit einem gewissen anteil gibt es und jetzt ist ein bisschen angetrocknet und jetzt werden wir sie natürlich etwas glätten ich bin ja schon ganz neugierig das ist ja so richtig satt und was jetzt da wird wenn ich sie ein bisschen glätte oder ein bisschen abziehen ich zeige euch das noch mal und legt schon gleich los nimm die kelle die wasser netter was macht sie es ab schauen wir mal wie reagiert die platte das material so 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 so